Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mickey Blue. Ich finde das nice scheiße, wieder nice scheiße euch. Und zwar zeige ich euch in meinem Video nur für Mitglieder auf MB Glitching, Mickey Blue oder auf Mickey Blues Livestream WDH, wie man Autos in Gottmode bekommt, beziehungsweise unzerstörbar bekommt. Gottmode pro Person oder für Personen in GTA finde ich scheiße und deswegen zeige ich solche Videos nicht. Aber Gottmode für Autos ist ganz lustig, nur für meine Mitglieder, links unten drunter, wenn ihr das machen wollt. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem Video. Viel Spaß beim Gottmode mit Fahrzeugen. Ohne euch bin ich nichts, nur zusammen mit Mickey. Ohne euer